Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Craft-Attack-Highlights. Wo weißt du das? Du hörst das? Hörst du die Sounds? Ihr wollt mir gerne Craft-Attack-Clips senden? Entjoint gerne auf meinen Community Discord, dann sendet mir gerne eure Craft-Attack-Clips in den Craft-Attack-Clip-Channel. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ui, mich hat's gelegt, mich hat's völlig zerlegt. Totem verloren, Totem verloren. Alarm. Nein, 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 nein. Meine Eltern bekommen keine Geschenke zu Weihnachten, meine Kinder bekommen keine Geschenke, mein Sohn hat gefragt, ob ein Mathe-Heft bekommen. Ich hab gesagt, nein, hab ich nicht mehr. Meine Diamanten sind weg. Hier ist alles im Eimer, zweieinhalbtausend Hühner, tausend Boote, ja weil die jetzt verteilt sind, ja weil die alle hier sind Ich bin der Torschütze bin ich nicht, ich bin eher so Verteidiger, Max unser Torschützmonster Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll, ich hab nicht mal ein Boot, scheiße Was sagst du? Deine Mutter Zander, die kann man im Darknet für 2 Euro für alles kaufen, jetzt halt deine Fresse Junge, fuck mich nicht ab, Alter, mir reicht's jetzt Warte mal, hast du gerade von deiner Mutter gesprochen? Nein, ich sag dir deine Mutter Zander, deine Mutter, deine Mutter Hallo Zander, Zander ich entschuldige mich nochmal bei dir, dass ich gesagt habe, dass man eine Mutter für 2 Euro im Darknet für alles haben kann Was? Was? Dann machst du doch besser! Hä? Ja for real, du hast nicht mal ne Frage gemacht Dann ruf ihn doch an, soll ich dir seine Nummer geben, hä? Nein Stegi, aber du kannst mir deine geben Ich hab ihn Was war das jetzt? 3-0 oder 2-0? ARGE! 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 Weiter drauf! Weiter so ARGE! Komm! Puscht euch! Gelbe Karte, hallo! Ich hab ihn Sehr schön, sehr schön Geh! Ha! Geh! Wo weißt du das? Du das hörst? Hörst du die Sounds? Oh nein! Ich hab einen Laser kassiert Er hat dich fokust Und was jetzt? Was soll ich machen? Laufen! Hä? Was ist das denn jetzt? Rauch! Oh, nächstes Totem mit die Hand! Und laufen! Hochschwimmen! MAAAAAN! Raus mit dir! Oh, nächstes Totem weg! Tu's nicht! Bleib da stehen! Gott, hey! Jetzt hötest du noch mein Pferd! Scheiße! Und dann kann er hier in die Tiefen ran ziehen Alter! Und hier hat er alle Weißtöne! Oh, und was ist das? Ja! Kann der Minecraft spielen, richtig? Ja! Basti, mach doch mal XXL-Projekte und Challenges! Direkt gleicher Winkel! Traust dich eh nicht! Niemals traust du dich das! Das... Hundertprozentig traust du dich das nicht, Bro! Und während er da steht! Du traust dich nicht! Bitte mach! Das wär so lustig! Das wär wie ein Film! Bitte, bitte, bitte! Das ist das Lustigste, was du machen kannst! Ich eh... Dann... Mach, mach, mach! Mach! Mach mach! Mach! Das hast du nicht getan. Und damit ist das Skelettpferd auch tot. Hat einfach eine Maschine gebaut, die das Haus abbaut. Das ist super Slow-Mo. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ich würde weggehen. Niemals funktioniert das. Was? Was? Hier ist aber alles weg. Schau es auf mich. Ich sage, okay. Okay. Komm bitte. Heute war so ein schlechter Tag. Heute war so ein schlechter Tag. Bitte können wir das. Ja. Ja. Da siehst du unten das Vieh. Kannst du noch bis dahin gucken. Das sandfarbene. Oh, was ist das? Das war der Manik. Oh, was muss man denn machen? Den Schalter umlegen. Traust du dich? Nein. Nein. Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was für schon wieder? Wenigst habe ich noch keine kleinen Kinder abgezogen, Alter. Ja, ich auch nicht. Ja, aber Veto, der dumme Kleine. Der hat nichts gemacht, er sieht mal hier. Ja, und, Alter, aber der soll mal die Fresse halten. Steh in die Hälfte, Hälfte. Nein. Doch. Nein. Nein. Du bekommst, du bekommst zwei. Oh, Hilfe. Security. Mich hat sie auch schon abgezucht. Oh mein Gott, was soll das? Oh mein, Obacht, Obacht. Oh mein Gott, oh mein Gott. Es lebt mir alles so sehr. Hilfe. Aber bitte auslachen, ne? Mann, Basti, Hilfe, bitte. Hugo ist voll komisch geworden. Ich halte das nicht mehr aus. Rette mich. Ich werde jetzt Viewer bei dir. Okay, ich, ich, mach. Nein. Ich bin ein Dieb, ja, das ist richtig. Guten Tag, gut weggeholt. Hier gibt es ein Gerichtstermin, denn ich gehe ins Gefängnis. Und stehe ich mir dabei, mich da rauszusprechen, aber beleidigt dabei Joe Croft und Revi fuckt mal wieder ab. Aber das ist alles gar... Getroffen. Getroffen. Aber ich sehe ihn nicht. Ist egal, du triffst, du triffst. Essenspause. Essenspause, was? Ja, und weiter. Ja, genau. Okay, du bist genau im richtigen Abstand. Er kann dich nicht lasern. Digga, ihr macht mich fertig, Digga. Oh, als ob. Hey, was? Warum? Hugo, warum bist du dumm? Oh mein Gott. Hugo! Hugo, was? Ja, das ist ja alles geklärt jetzt. Du nimmst das, glaube ich, nicht ernst hier gerade. Kann es sein? Ja, ich glaube auch, Hugo. Nee, Hugo, pass auf. Wenn ich noch einmal eine größere Menge als 10 Boote auf einem Fleck sehe, oder auf mehreren Flecken, oder parallel gleichzeitig existieren, die durch deine Hand platziert worden sind, dann zähle ich das als absichtlichen Begeverstoß. Also was? Also 10 Boote? Egal, ob es leckt oder nicht. Nein, nicht nach oben. Nein, Alter, ist automatisch passiert. Robatra auf einer Skala von 1 bis 10. Wie sehr freust du dich gerade, dass du Max alles zeigst? Digga, bist du dumm? Bist du ein bisschen dumm? Was ist das für eine Scheiße? Wegen League? Ja, wegen... Ja. Woher glaubst du mir jetzt noch, dass ich Short-System fick? Du musst auch sagen, Lagerfeuer hat die schöneren Rail... Also hat die schöneren Rail-Textur. Ja, finde ich auch. Wir machen jetzt... Finale und... Wir werden am Samstag natürlich nochmal offizielle... Hey, Ronaldo wird attackiert! ...teams immer gegeneinander und das beste Team am Abend gewinnt dann die Veranstaltung mit einem fetten Preis, okay? Nein, 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 nein! Ui, 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 ui. Ja, lauter! Ja, aber... Ja, okay, 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 aber ist ja, also... Bro, wir dürfen nicht so viel drüber reden. Okay, okay, alles klar. Du bist ja auch ziemlich laut schon wieder, Bro. Chill doch mal. Ich, ich, ich bin, ich rede übel leise. Okay, dann verstehen wir uns. Geil, dass du wieder da bist. Was war los? Ey, danke für die Tipps. Ja, ich war, ähm, war ein bisschen auf der Reise. Raketen kaufen oder was? Aber ich zum Beispiel könnte mir safe vorstellen, das einfach mit meinem Leben lang zu machen. Das sage ich jetzt vielleicht. Aber ich habe safe Bock, noch so mit 50 einfach so, weißt du, safe geil. Das ist geil, was du spielst. Ja, genau. Nein. Ich spiel keinen Scouts mehr. Ja, wir haben gerade darüber geredet. Über was haben wir geredet? Ich habe schon wieder vergessen. Scheiße. Ähm. 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 Ähm.